Zurück hier in Cyberpunk. Hier ist diese richtig fette Karre. Ich glaube, das ist die beste Karre im Spiel, an der man zumindest so finden kann. Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine spezielle Karre, die man in eine Mission kriegen kann. Damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Eine weitere Sache, die ich noch nicht gemacht hatte, ist, gucken, was man alles machen muss für Platin. Vielleicht mache ich das. Ja, gehen wir mal hier durch. Machen wir hier die Mission bei Perales. Ich wollte ja lesen, worum es geht. Ich mache diese Upgrades nicht, weil ich ja jetzt ein bisschen sparen muss. Dream on. Use the Intercom. Well, well. Special favors for politicians. You think you've got any clout here? The paralysis might seem like decent and down to a folk, but not sitting snug in the corpse pockets like the rest. But they are still part of the ruling elite. If they got a step over you to get to the top, they won't hesitate. Don't believe even for a second that they are any different. Aber das würde ich auch sagen, sonst wären sie gar nicht erst so weit oben, ne? Das ist dieses... Jeder Politiker hat irgendwie Dreck am Stecken. Hey? We're upstairs. Thanks. Mal gucken. Das sind bestimmt auch Backstabbers. Das sind bestimmt auch Backstabbers. So. Wenn dir nur Fahrstuhlmusik geben würde, aber... Vertane Chance, ey. Area is safe. Talk to Lizabeth. It's good to see you again. Something happened? Come on. Jeff will explain everything. He's just about done prepping for the debate. I've rescheduled all his meetings out of the office today. The office meaning here. So nobody will bother us. Um, bother us at doing what exactly? We're talking about the cornerstone of my platform. I'm not doing a U-turn just because Nightcore... No, I'm not sucking anyone's dick just so they can fuck me in the ass! Look, I gotta go. Make the amendments, we'll powwow later. V, glad you could make it. Jefferson? Grab a seat, please. Please. I'll explain why I asked you to come over. We've had a break-in. Not the usual kind, though. So, unusual how? A couple of days back, dead of night, something wakes me. A noise. I grab my pistol and come out of the bedroom. See a stranger. He looks like he's about to reach for it. So I pull the trigger. Nail him? No idea. My head started spinning and I passed out. No trace of him the morning after. I'd like you to find him. Find out what he wanted. Why me, of all people? Wouldn't you rather have a detective look into it? Prefer to use tried and tested contacts. Can't blame you. Former mayor's death? You unraveled that mystery. I trust you'll be able to crack this one as well. Notify the badges yet? We don't want any buzz around this. No attention, whatever. You know. NCPD's full of people who like the occasional stray Eddie. If we reported a break-in, the media descend on us like a swarm of locusts. No badges. Gotcha. Of course, we notified SSI about the incident. Our private security. Security looking at this? Say anything? This is where things get a little weird. They claim there's no sign of a break-in or of a shot being fired. Security cams didn't record anything. Guard outside didn't see or hear anything. They suggested Jeff must have had a bad dream. Convenient answer. Liz gave security the day off so I could call you in. Hmm, okay. This is where the option of the security is. What did the intruder look like? I can't remember much. It was dark. He was wearing some sort of mask. Or was it an implant? Couldn't really get a good look at him. Elizabeth didn't see him either? I slept through the whole thing. Election season takes its toll on you. Said you passed out. That's right. Just after I fired. What then? Nothing. I woke up in bed the next morning. Killer headache, Tapoon. Any idea how you made it back to your bed? Nope. None. Elizabeth's at a loss, too. Intruder take anything? Break anything? Nothing missing. I haven't noticed any damage, either. Jeff must have scared him off before he could do anything. This, um, security outfit. SSI. Who are they? Been on the market for the last 15 years. They have clients across the city. If memory serves, they came recommended. An acquaintance. You think SSI might be behind this? No clue yet. Anyone besides SSI come to mind readily? Walden Holt? He did kill the last mayor. And the Poles do have him trailing Jeff. But it could be anyone, really. Jeff has many enemies. A lot of them powerful. We could sit here naming names all day. I see. That's why I called you, V. I need you to find out what the hell's going on. Anything else you want to tell me? Or think you maybe should? Nope. That about covered it. Liz? It seems like everything. It's unlikely we'll learn anything anyway. Honey, please. I'm sure V will turn something up. So, you've got all you need for now? Wouldn't mind taking a look around the apartment. Of course. Liz can give you the tour. Gotta run to a meeting. Soon as you learn anything, let me know. Come on. Let me show you around. Okay. We shouldn't delay too long. Yeah, she can do it. Right behind you. We can start where Jeff spotted our uninvited guest. That's why it's so. I have to admit, sometimes I get fed up with all of this. Politics? So far, we've managed to effectively turn down offers to work with. Nightcorp, Biotechnica, Arasaka. So far, you say? If Jeff can get elected without owing anybody, favors or otherwise, that'd be the real victory. Jeff's office. Control room, storage, and flea market crammed into one. This is where Jeff saw our intruder. And fired at him here. Right after walking out of the bedroom. At least that's how he remembers it. Bloodstains. Not quite scrubbed clean. Where's the blood from? It yours? I'm 100% sure it's not ours. Maybe the intruder's? Probably. You and Jefferson, you've come a long way. To get from Haywood all the way here, it's no easy thing. Yes. If you aren't born with a silver shard, your chances are slim. And if you're born in Haywood, they're almost non-existent. Hey, the other thing alright? Listen, I've been thinking. How about that night at the farm and the morning we will be part of ways? Don't get me wrong. The thing is, I'm almost always on the road. I move fast so my problems can't catch up to me. And if I still don't, I'm afraid it will hit me all in one go. I would say you and I make a pretty good team when it comes. I have my demons too. You know that moment. I will say I'm pretty good team when it comes to dealing with those rules. Honestly, I can't wait to deal with more with you together. Oh, riskier simp, alter. You're not just saying that, are you? Because I felt my fair share of reassurance and well, look where they got me. Maybe next time we'll have something to drink that isn't a bio weapon. Maybe a little privacy too? Oh, I'm counting on it. Can't wait. Oh, now let's keep our pants on. Okay, we will stay in touch. Damn. Vote for Perales. We are paying the staffers and for the campaign out of pocket. And we keep all the campaign stuff here. It's cheaper that way. Tide bites. You and Jeff must be putting in serious overtime. Elections. You don't even have time to think about food, so you just order whatever's quickest. But yes, it's true. Jeff hasn't eaten anything else recently. This is Jeff's personal machine. I doubt you'll find anything on it relating to the break-in. Seems a happy fam. That your daughter? Saatchi. Oh, we miss her. Her studies took her abroad. Oh, where to? Europe. An excellent school. She'll get a good education. I know it's an ocean away. But with Jeff running for mayor, it's just safer this way. Iron. This Jeff's? This is where we sleep. Notice anything different in here after the break-in? No, I don't think so. What do you have in mind? Jeff said he passed out. Anything seem out of the ordinary. The bedding, its arrangement. Any signs at all? As if he was dragged back to bed, you mean? No, I didn't notice anything. Mind if I take a look around? Be my guest. She hasn't answered yet. Oh, no, they're trying to get back. Okay. Wedding pick. Interesting backdrop. Tricky. Ich glaube sie ist ein Klon. Nein. Keine Ahnung. Das muss man doch wissen oder nicht. Sie ist ein Klon. I don't trust you anymore. Das ist ein Hint, ne? Ähm. Safe. Ähm. Safe. Nix da. Ich geh nochmal nach unten, bevor ich diese Tür durchgehe. Ist da noch Abo? Wahrscheinlich eher nicht. Ich sehe auch nicht wirklich was. Hier ist was. Was schade ist nicht so zu sein. Was schade ist nicht so zu sein. Ich weiß nicht warum du hier bist. Ich weiß nicht warum du hier bist. Ich weiß nicht warum du unbedingt auftauchst. Ich weiß nicht. Die Sicherheit hat sich zu sein. Ein von den vielen kleinen Schweren zu machen. Das war der erste, aber es wird nicht der letzte. Das war der letzte. Ich weiß leider das Passwort nicht. Das war der erste. Looks like SSI's employees knew about the break-in. okay interessant 6709 ist wahrscheinlich nicht das das ist nicht das doch was prinzip alles delete ja 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 okay dass sie das alles nicht löschen hier das sieht mir sehr fischig aus ach follow the blood trashen das muss ich auch noch machen 1c 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 7a das geht hier so dann ja 55 und 1c kann ich machen bd geht theoretisch auch ja gut das bringt mir nichts ich könnte ruhig mit dir reden da rüber ja sehr was that? no fucking clue felt kinda good but weird like trippin on acid Ich schwöre, sie ist auch so fischig geworden. Ein Kommentar dazu. Ah, hier war der auch. In seiner Runde. Ich habe gerade gar keine Orientierung. Ich will ganz kurz wieder den normalen... Oh mein Gott. Da kriege ich Angst, wenn sie zu mir rennen. Ich glaube, wir wären auch so dort hingekommen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn nicht, dann gehe ich noch mal zurück. Aber es sieht aus, dass wir einmal im Kreis sind. Ah, nee. Ah, hier. Hä? Da. So, und dann hier. Dann komme ich doch auch wieder dorthin. Ey, geht sogar noch mal hoch, okay. Ja, da war ich doch gerade, oder? Ja, 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 okay. Dann, das machen wir dann noch. Hier wollen wir noch hin. Ja, jetzt ist auch viel. Das ist keine Blutspuren, doch. Das ist keine Blutspuren. Hat die Kabel hier Typical barrier of the target axis except to variation branch alpha start using stimulants mostly due to heightened stress induced by recent events here by authorize implication of neurodampening Despite objection from screwdriver chief Wallace subject alpha is contracted as service of a local mercenary disqualifies ex-integration from the maximum level and brings alpha's overall stability into question emergency maintenance requested Request to proceed with operation content target alpha has been approved a German maneuver conducted with the team orange mercenary contract by alpha has appeared on site field agent from tier orange have actually avoided contact An extreme barrier deviation occurred while conducting plant maintenance procedures field agent blue 66m was severely injured by target alpha as alpha is parallelis and advocated by teams orange and black operations suspension progress has been initiated and only team managers to remain on site team black will continue opposition as a normal operation can be resumed I should not occur before the audit and report something from team blue Alles klar Field agent team blue wurde entdeckt Doまた操�い Do not Yoshie Uhmm the yes has so 8 That's so das Das hier wieder Ah Das erklärt das auch Is Abb Les Das Nachher alles Es Use man Diana Ich glaube, ich muss langsam mal mein Handy reingehen. Ich kriege zu viele Messages. Wide open. Was? If you ever need anything, you know where to find us. Yo. Cassidy Ryder. Was ist das nochmal? Because if they don't... I see you and Pan, I'm getting along. Find it in a frog's house with three ways. Here's two helping things work out for y'all. Was ist die Fiecherin? Because if they don't and it's your fault, we will drag you to the new street and hang you by your cherries. Pinning a fetch right, of course. Do well to remember that. Mitch. Hey Mitch, you were holding a funeral for Sculpe and others. I thought maybe you would come along. Seguberu. If I arrive in the air to honor the fallen and so on. Follow up. Follow up. so I'm good you're making me turn to say you're not wrong well and see it please diga via ricka simpia now was so it's official panem so bright against it hasn't really hit me yet I'm still giving myself a try period can't expect everything right from the start but I feel like things are taking a turn for the better you're sure no harm is in thinking it over the life of a lone wolf doesn't always end well in any case there's always a press for you with the avocados and we have to go before they get drunk off their asses to start another race take care of me okay that's how we can we often open um a little kabel befalling so i don't know come back here I don't know here is not there was a yellow one I have to Da Okay Okay Geile Sicht hier, ich habe es ja schon gesehen, hier Juicy Weil bevor ich noch mit ihr rede Warte, wo war das, ging es doch noch, irgendwo ging es doch noch nach oben Ach, keine Ahnung, na gut, ist doch egal, aber irgendwo ging es doch weit nach oben Hier, nein, dumm, egal Liss, das ist viel größer als wir glaubten Jeffs ganze Kampagne könnte sich gefährlich Lass mich über die Reise, einfach erzähl mir, was du findest Da ist ein Transmitter auf dem Ruf Es scheint zu beenden ein Signal zu einem Van nach vorne Weißt du, wer es ist? Wir haben nie einen Transmitter Und ich weiß nicht was, was ein Van Aber meine Meinung ist, dass es SSI Wir sehen uns nicht mehr, aber wir noch nicht wissen, wer sie arbeiten So, was wir tun mit dem Transmitter? Nichts, noch nicht Lass uns die Van zu schauen Ich werde hier warten Nöger, nur nicht nachher erzähl nicht Jeffs nichts von jetzt, ok? Natürlich, egal Ich besuche ihn, wenn ich ihn etwas mehr substanzte kenne Das ist egal In Ordnung, nur du, es ist jetzt die beschäftige Zeit für Jeffs Ihr könnt immer noch mit mir kommen Okay, ich lasse das in mir All right Was kriege ich jetzt hier auch schon unter? Ah, hier ging es noch hoch, das meine ich, aber, ja, ist nicht spannend. Ist ja auch kaputt. So. Ja, ich wäre auch mit der Karre dort gefahren. Ja. 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 Ich bin sicher nicht dein Ordinary, Ben. Ich werde es herausfinden. Ich bin ein Mann. Es war ein Mann. Ich hab die Koko-Konferenz. Ich hab ihn mit den Koko-Konferenz. Wir können ein Koko-Konferenzieren. Ich bin ein Wunsch. Oder wer weiß was. Ah, das ist so gut. 2 Kappotage Was ist hä? Alter, die Karate stellt so hart. ... haben wir eine Rakete aus. Ja, es ist auf Platton, ja. Oh, shit. I need to listen to the inside of you. This cannon will be a giant. Jam-packed with hardware. My optics don't see any manufacturer info. Or detect any mods. They don't mass-produce trucks like those. What are they doing? What are they hiding? Ear-checking. Huh? Could be the security firm or government. Media scouting for dirt on the paralysis? Sure. All right, in front of him, we're �arge now. We did an s oust what happened. Everyone voi't kit, I'm pretty tough. What are you motherfucking? How's the first duty to hunt? das bringt mir das bd 1c 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 auf fach ich war beim falschen was funktioniert noch ich denke ich kann es da oh mein Gott Ja, ich, äh, der hätte irgendwann mein Dings, ne, deshalb, ich hab das ein bisschen verkackt. Ist der dort? Ah ja. Ah ja. Ist der dort? Ich sind da, ich treffe, ey. Bresch. Kann ich verkaufen. Nein, das war das, ich hab das gemacht. Das ist gar nichts. Oh mein Gott. Kann ich hier holen? Oh ja. Ich hab keine Ahmet. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ah, wie viel ich brenne. Oh, Alter. Alter. Hab ich nicht erwartet. Nicht so clean, ne, aber gut. Ich kann sie gerne noch hier nehmen. Da ist noch jemand. Da sind aber noch zwei. Hey. Hey. Zeig dich doch. Du wirst nur nerven. Hey, ist das viel buggy. Und jemand hat gesagt, ich muss leiser sein. Das ist alles gut. Ja. 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 mir das ganz kurz. Irgendwas, was bessere DPS hat? Nein. Irgendwas, was bessere DPS hat? Ja, actually. Ähm. Aber nehme ich nicht. Ja, bei Sniper ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Aber meine ist besser als die, die wir von ihr gekriegt haben, ne? Naja. So viel dazu. Aber bei Kleidung kann ich auch nochmal gucken. Wir haben da auch neue Sachen, aber alles schlechter. Unity to Poison. Aber das passiert so selten. Das ist besser. Okay. Gerade läuft der beste Song im Radio. Muss ich nicht verpassen. Das ist mehr an ein paar Dinge, oder? Das ist besser. Also, um. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Here we are then. What is it? I... I'm sorry. My nerves are shot. I can't gather my thoughts. It wasn't that long ago since we last met. Something happened since then? No. I mean, something did happen, though not recently. It's a long story. I don't quite know how to tell you. Where to even start? Relax. No need to rush. A while ago, I started noticing some changes in Jeff's behavior. His personality... He seemed to be changing right in front of me. Becoming someone else. How so? He stopped reading? Forgot the title of his favorite movie? Even his musical taste changed overnight. Once, I said we should visit his brother's grave. And he told me that he'd been an only child. That's when I started thinking something bad was happening. Something... Insidious. And not just with Jeff. Notice any changes in yourself? After some time... On several occasions, my friends pointed out that I was acting strangely. That must have been hard. It must have been hard. It was. You know, it's... At times like those, you start to question reality. So the whole time, you knew what I could end up finding? I don't know who, how, or why, but they're changing us. That concealed room in our apartment. What about it? I'm sure I'd seen it before, but must have somehow forgotten. I find that terrifying. Mentioned any of this to Jeff? I tried. I did. But he's blinded to everything. He just laughed. Said I was imagining things. He once brought up a vacation that we never went on. Swear to God. He went on about it in such detail. I almost started believing him. Could be just you who forgot. Maybe they wiped the trip from your memory. Hell, I don't know anymore. Don't you get that? That's his voice, Bob. You haven't told me the whole story yet, have you? I saw a stranger in our apartment one night, tinkering with the monitors. But I was in such a state by then that I didn't know if I could trust my own eyes. So you didn't do anything. I don't remember what happened. I talked to security the next morning. Let me guess. Cam's didn't pick anything up. The guy just shrugged and said I must have dreamt it. He showed me the recording, of course. I felt like a lunatic. And then, the next day, I got a call. Who was it? Them. Whoever they are. There was a garbled voice on the other end. He never introduced himself. They threatened you, try to blackmail you. They said I was walking on thin ice. That if we kept stirring up trouble, Jeff could have an... accident. Then they wiped any record of our conversation. It was as if it had never happened. So I'm begging you, V. Jefferson can't find out about any of this. Ever. His life depends on it. Well, then they will probably know that they will know that their memories track or so. What they also know about new things. You knew you sent the intruder, but just strung me along anyway, Liz. I didn't have a choice. I didn't know what to do. You wanted everything just to go on and flow on, because it was convenient. Convenient? You got the perfect life. You're a prominent husband. You don't like for a thing. You think I'm having fun? You have no idea what it's like living like this. Yeah, so we love about bullshit. I'm completely bullshit, but yeah. Blown. I don't have any problem. What if you just saying what they programmed you to say? Just reading off a script based on thoughts, planning in your head. All I know is, I love my husband, and I want him to be safe, and... and happy. Well, that's what they want you to know. You know what Jeff will do if you tell him. I know my husband. He'll start looking on his own. He can't find out about this. It... It'll destroy him. They? Are you still with me? It's not like that. It's not like that. You think that I'm going to tell you everything? You can't find, but you know what I mean. Jeff ist noch ein Kampfgericht. Und er wird es nach unten schwingen. Ja. Wie spielen wir das? Ich werde Jeff erzählen, dass SSI für seine Riefer hat. Holt. Du musst nur confirmieren, was ich sagen. Und wenn ich nicht auf dem Bord? Du hast eine Wahl. Nur bemerke dich, irgendwelche Konsequenzen werden nicht für dich. Ich bin wirklich vorbereitet, SSI. Nach dem Bord. Es wäre ein Wichtiges, aber... Risky als alles. Was sie mit uns tun tun ist, ist eine Sache. Aber wenn du diese Konsequenzen hast, ich kann nicht anerken, dass wir uns auf uns spieren. Nicht unter meinem eigenen Ruf. Welche Unterschied macht es, woher? Ich werde die ganze Verantwortung für alles, was SSI geht. Ich versuche nur für dich, nicht zu treffen, Jefferson. Ich werde ein Gespräch im Reconciliation Park. zu Jeffs. Er wird warten. Seitdem ich nicht weiß, ob ich diese Gespräche erinnern werde, werde ich auf dich nicht vergessen, was ich gefragt habe. Ich werde nicht. Aber das ist alles, was ich versuchte. Auf Wiedersehen, V. Geht. Ja. Ja. We know what we're up against. No, this is different. You saw yourself. They're purposely modifying their minds, individual thoughts. Mhm. Paralys make a damn nice next-gen puppet. Even in my day there were whispers about this kind of stuff. Cognitive pattern fluctuators, remote neural re-networking. In layman's terms, gaslighting. The beauty is that everything's fair game. Subliminal TV signals, high-density emitters in your electric toothbrush. You name it. So, in my pants, what would you do? Some real rat bastards behind this. Someone's gotta take them down. Yes. Even by risking the Paralys' lives. Fuck knows what kind of shit a mayor controlled by puppet masters could pull. But yeah, you could end up putting their lives at risk. Or not. Tough choice, Fiend. You can't get the There's no way. And I'm going to move on. And I'm going to move on. I'm going to move on. I can't even move on. Sorry, I can't move on. I'm going to move on. gucken wo ich hin muss damit ich die das gebiet hier besser kennen wir jetzt hier ja keine ahnung hier war unser kreisender als diese ich habe nichts gemacht als mit der weg ist nur aller wenn ich nicht reinschaut dann zeichnet er die nicht das bisschen der muss halt schon trotzdem die ganze umgebung mitnehmen ist nicht so gut programmiert aber machen natürlich performance performance einbußen zu vermeiden das spart ein bisschen reichen power dann findet es auch zu sowas hier werden die werden visuell nicht gerendert die existieren oder keine ahnung wahrscheinlich sind die unsichtbar dass hier diese große kreise hat er eine sache noch was will der dino kassus erst denn wir müssen doch alle die sparen weil dann spart das rechnen zeit hinter mir ist gerade keiner hatte der erste hier jetzt er sind immer noch da wenn ihr aufstehen ein bisschen umspiel das ist ja okay ich weiß nicht ja es ist nicht egal was du es ist egal was du 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 tief aggro spielen. Aber ich speichere mal, zur Sicherheit. Wo ist denn die Frau? Aber die wissen, das ist in Echtzeit dann, ne? Sonst würde er mich nicht anrufen. Und die Frau, also hat auch morgen gesagt, ne? Aber gut. Angegültig ist ein Tag vergangen, ist jetzt vergessen. Deshalb sind wir hier. Ähm. Sieht doch komisch aus, ne? Talk to him. Kann ich mir eher genau entsetzen, bitte? Warte, einen Moment. Okay. Das sagen wir nicht, weil das bringt nichts. Erstmal. Wie? Die hätte auch gesagt, es ist egal, was wir sagen, ne? Ah, was soll ich denn nehmen? Für die Frau, das hier. Ah, ich will die fuck ab. Also wenn ich das nehme und ich darf nicht fuck ab, dann belohde ich speichern statt. Ist alles alles gut? Ah. Ah, strange as es may sound, ich habe nicht viel. Es muss sein, dass es etwas ist. Du hast keine Hard-Evidenz gefunden? um sorry it's all your saying speculation like what ssr took money from all kinds of people hold among them but it's a week lead too weak nothing that can help you jefferson damn All right, I'll handle things from here. Meaning? First, I'm going to win this damn election. Then, I'll find the motherfucker who spied on us. And if it was Holt, I'll find every last speck of dirt on him and bury him under the heap. Well then, good luck. You'll get your fee soon. You already got my gratitude. Goodbye, V. So, thoughts? Hmm, somehow I doubt it's people who are behind this. So, aliens? Very funny. You're too young to remember this, but not so long ago, people talked about rogue AIs prowling cyberspace. So, not aliens. Doesn't matter who or what. Our guys outmatched. They can do whatever they want. He's fucked, V. Wo bist du? Ach, ich hab dich gar nicht gesehen. He's fucked. I will jetzt erstmal nichts falsch gemacht, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht. Das sieht nicht gut aus. Was machst du da? Ich muss jetzt ganz kurz was suchen. Ähm, also... Also... Ich will diese... Nicht, dass diese Questline damit endet. Also, ich... Eigentlich sollte man das nicht machen, aber... Ich mach das. Ich will jetzt hier sterben, ne? Komm nicht da rüber. Nein, dieses Talkfeature bringt halt nämlich für die meisten nur Gabelschätze hin. Kann man es auch weglassen, theoretisch. Oder? Oh. Weil man sagt, diesen Ander einfach... Es ist... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum ist das direkt auf der Straße? Geht ihr nicht näher ran? Als ob die deswegen ihre Songs hier unterbrechen egal. Bis dahin, warten wir nächstes Mal mit Ripper weiter, The Hunt. Ciao mit V.